Stellen Sie sich vor, Sie leiten einen Erste-Hilfe-Kurs und möchten eine Abschlussprüfung für Ihre Teilnehmerinnen erstellen. Sie möchten, dass Ihre Prüfung ein qualitativer und zuverlässiger Indikator ist, um Fähigkeiten und Kenntnisse sicherzustellen. Damit Ihnen das gelingt, sollten Sie einen Test-Blueprint anfertigen. Ein Test-Blueprint ist sozusagen ein Bauplan für ein Assessment. Mithilfe eines solchen Planes können Sie den ungefähren Aufbau Ihrer Prüfung in einer Tabelle organisieren. Auf diese Weise setzen Sie sich mit drei wichtigen Aspekten der Prüfungserstellung auseinander. Mit den Lernzielen, dem Umfang und der Gewichtung des Lernstoffes. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten einen Test-Blueprint erstellen können. Schritt 1. Den Lernstoff organisieren Im ersten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick über den gesamten Stoff. Die Erstellung einer Übersicht ist hier sehr empfehlenswert. In Ihrem Fall ist das ein Inhaltsverzeichnis über das ganze Wissen oder die Kompetenzen, die Sie vermittelt haben. Da wir eine Prüfung für einen Erste-Hilfe-Kurs erstellen wollen, könnte diese Übersicht ungefähr so aussehen. Beginnen Sie, indem Sie den Themen entsprechende Unterthemen zuordnen. Nutzen Sie Schemata oder Strukturen, die für Ihr Wissensgebiet angemessen sind. Oft ist es auch hilfreich, Fallbeispiele, Experimente oder praktische Übungen in diese Übersicht einzutragen. Man könnte zum Beispiel den Punkt Herzdruckmassage um den Unterpunkt Herzdruckmassage an einer Puppe üben ergänzen. Diese Notiz kann dann beispielsweise für die Gewichtung oder die Gestaltung von Prüfungsfragen entscheidend sein. Schritt 2 Lernziele formulieren Welches Wissen und welche Kompetenzen sollen Ihre Teilnehmerinnen erwerben? Überlegen Sie sich, welche Lernziele die Teilnehmerinnen erfüllen sollten. Wenn diese bereits festgelegt wurden, fassen Sie die Lernziele in einer Übersicht zusammen. Sehen wir uns das am Beispiel unseres Erste-Hilfe-Kurses an. Nehmen wir uns hier das Thema Leben retten vor. Wir beginnen in diesem ersten Schritt mit der Erstellung des Test-Blueprints. Sie sehen hier zwei Spalten. Eine Spalte für die Themen und eine Spalte für die Lernziele. Dem Thema stabile Seitenlage wurde zum Beispiel dieses Lernziel zugeordnet. Wissen, wann die stabile Seitenlage anzuwenden ist. Schritt 3 Gewichtung der Lernziele Nicht jedes Lernziel ist gleich wichtig. Wie auch in unserem Beispiel mit dem Erste-Hilfe-Kurs gibt es Bereiche im Lernstoff, deren Priorität sehr hoch ist. Planen Sie in diesem Schritt die prozentuale Wichtigkeit der Lernziele ein. Achten Sie darauf, dass Ihre Verteilung in Summe genau 100% ergibt. Fügen wir unserer Tabelle eine weitere Spalte für die Gewichtung hinzu. Überlegen wir uns, welche Lernziele besonders relevant sind und welche eher weniger wichtig sind. Wie Sie in unserem Test-Blueprint sehen können, sind die Herzdruckmassage und die Beatmung sehr hochgewichtet. Um eine angemessene Gewichtung vorzunehmen, können Ihnen die folgenden Leitfragen weiterhelfen. Wie häufig kommt dieser Inhalt in der Praxis zum Einsatz? Ist der Inhalt für das weitere Studium oder die spätere Berufsausübung relevant? Gibt es in diesem Zusammenhang eine verbreitete Fehlmeinung? Ist der Inhalt schwierig oder einfach? Schritt 4. Anzahl der Fragen und Punkte Die Gewichtung in Ihrem Test-Blueprint kann Ihnen helfen, eine angemessene Fragen- und Punkteanzahl festzulegen. Für hochgewichtete Lernziele sollten Sie mehr Fragen stellen oder die Punkteanzahl erhöhen. Für Lernziele, die Randthemen oder einfaches Wissen beinhalten, sollten Sie weniger Fragen stellen oder die Punkteanzahl reduzieren. Berücksichtigen Sie auch die gesamte Prüfungsdauer und den Umfang der Fragen, wenn Sie die Fragenanzahl für ein Lernziel einplanen. Erweitern wir unseren Test-Blueprint um eine weitere Spalte. Diese Spalte steht für die Anzahl der Fragen und die jeweiligen Punkte. Die Durchführung einer Herzdruckmassage und Beatmung sind in unserem Erste-Hilfe-Kurs besonders wichtig. Das sieht man an der hohen Gewichtung von 30%. Daher möchten wir zur Herzdruckmassage drei Fragen stellen und jeder Frage einen Punkt geben. Zur Beatmung stellen wir eine einzige Frage, für die es drei Punkte zu erreichen gibt. Bei einer Herzdruckmassage können mehr Aspekte geprüft werden als bei einer Beatmung. Wie Sie die Gewichtung umsetzen, kommt daher auf den Prüfungsinhalt an. Erhöhen Sie die Punkteanzahl, wenn die Erstellung mehrerer Fragen nicht sinnvoll ist. Oder erstellen Sie mehrere Fragen und geben Sie jede davon eine geringere Punktezahl. Schritt 5 Festlegung der Taxonomiestufe In einem Test-Blueprint können Sie auch für jedes Lernziel einplanen, auf welcher Stufe von Blumstaxonomie dieses Lernziel geprüft werden sollte. Dieser Schritt ist optional. Die Taxonomie gibt Ihnen eine Orientierung, wie Sie die Fragen gestalten können. Wie Sie im Beispiel sehen, müssen die Lernenden im ersten Lernziel einschätzen können, wann die stabile Seitenlage notwendig ist. Hier ist eine Frage zur Stufe Evaluation am besten geeignet. Sie könnten in dieser Frage eine Situation schildern, die von den Teilnehmerinnen richtig eingeschätzt werden muss. Schritt 6 Bestimmung des Frageformats In diesem Schritt bestimmen Sie, welches Frageformat am besten für die Messung des Lernziels geeignet ist. Wenn es sich um eine reine Wissensfrage handelt, ist möglicherweise eine Single-Choice- oder Lückentextfrage angemessen. Wenn Sie die chronologische Reihenfolge von Schritten prüfen möchten, eignen sich Aufgabenformate zur Ordnung von Aussagen. Bei der ersten Hilfe geht es vor allem um die Bewertung von Notfallsituationen. Achten Sie daher darauf, ob das gewählte Frageformat auch tatsächlich zur Messung von Evaluationsfähigkeiten geeignet ist. Unser Test-Blueprint ist fertig. Natürlich können Sie den Test-Blueprint auch mit anderen Dimensionen erstellen. Diese Vorgehensweise ist lediglich ein Beispiel. Mit einem Test-Blueprint können Sie auch das Testmaterial organisieren, wenn Sie in Ihrer Prüfung verschiedene Fallbeispiele einsetzen. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Tabelle mit verschiedenen Personen, die erste Hilfe benötigen. Jede Zeile der Tabelle enthält Informationen zu einer Person in Not und eine Beschreibung des Szenarios. Ein Blueprint mit verschiedenen Szenarios kann Ihnen helfen, Fragen zu möglichst verschiedenen Notfallsituationen in die Prüfung einzuplanen. Fassen wir zum Schluss nochmals das Wichtigste zusammen. Ein Test-Blueprint ist ein mehrdimensionales Raster von Prüfungsinhalten. Dieses Raster kann Folgendes umfassen. Lernziele, Gewichtung, Fragenanzahl, Punkte, Taxonomien und Frageformate.